6. Dezember Mut gewinnen Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Philippe 1, Vers 14 Es scheint, als ob die Gemeinde in Rom vor der Inhaftierung von Paulus eher mutlos war. Als die Gläubigen dann jedoch bemerkten, wie Gott für Paulus sorgte und ihm unglaubliche Möglichkeiten zum Evangelisieren schenkte, fassten sie Mut und verkündigten die gute Botschaft ebenfalls. Sie begriffen mit einem Mal, dass, wenn Gott Paulus missliche Umstände zum Dienst nutzen konnte, auch sie gewiss in der Lage waren zu dienen. Paulus' Stärke schwappte quasi auf die Gläubigen in Rom über, und sie begannen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Vers 14 Ist das Maß deiner Freude abhängig von den irdischen Vorteilen, die dir zuteil werden? Steigern Annehmlichkeiten, Besitz, Prominenz, Ansehen, Ruf, Komfort und die Erfüllung deiner Ambitionen, deine Freude. Wenn dem so ist, dann wird deine Freude kommen und gehen wie Ebbe und Flut. Doch wenn deine Freude an die Sache des Evangeliums gefesselt ist, wird sie nie abflachen. Setze dein Herz für die Sache des Evangeliums ein, und du wirst beständige Freude erfahren. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!